Multikulti ist gescheitert. 160 Nationen in Neukölln sind der eindeutige Beweis. Also verstehe ich nicht so ganz. Multikulturell der Begriff an sich soll schon was Negatives anscheinend mit sich auch herbeitragen. Multi heißt vielfach und kulturell ist wunderbar, dass es so viele Gruppen gibt, die multikulturell mittlerweile sind und hier zusammen leben. Du Gutmensch! Ja, furchtbar. Ich bin auch froh, dass ich heute noch lebe, weil ich bin gestern Nacht durch Neukölln gelaufen. Das kann ja nicht aufpassen. Und deswegen habe ich es heute auch noch geschafft, mir so ein tolles Schild zu malen mit Burschkowskis leider überall, weil es gibt leider viel zu viele Stadtbezüge, genau diese Idioten, die wir einfach nicht brauchen.